Und insofern sage ich, welche Tipps können sie uns geben, um Haltungserweiterung anzustoßen, ist Raum zu geben, jenseits der formalen Strukturen, innerhalb der informellen Strukturen, um die Kommunikation von Menschen, die an Selbstentwicklung und Kulturentwicklung oder Haltungserweiterung interessiert sind, in Gang zu bringen und dafür Räume zu bieten. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Heute stellen wir dir ein neues Format innerhalb dieses Podcasts vor, unsere Impulsfolgen. Wir wollen dich hier in kürzeren Folgen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Scherbitz und in dieser und den kommenden Folgen dieses Formats beantworten Martin Permanthier und ich gemeinsam und auch Martin als Solo Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer und Community-Mitglieder gestellt haben. Die Fragen beziehen sich auf das Modell der sechs Haltungen und auf die Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für WachstumsgefährtInnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Welche Tipps können Sie uns geben, um die Haltungserweiterung bottom-up anzustoßen und voranzutreiben? Ja, das ist ja auch so ein, wer treibt da was an und wer soll hier gerade erweitert werden, wer soll gestoßen werden. Das ist aber auch in den Formulierungen, es sind ja auch immer Bilder drin, so Handlungsbilder. Wir stoßen jetzt bottom-up an. Auf der anderen Seite ist ja auch ein schöner Gedanke drin, weil Haltungserweiterungen, jetzt kannst du auch kulturhistorisch sehen, sind selten top-down. Mein Beispiel, als der Club of Rome gesagt hat, ey, die Wissenschaft hat festgestellt, die Ressourcen sind begrenzt. Wo du ja auch denken müsstest, ja, okay, ist jetzt nicht Rocket Science, aber es war dann doch, die Welt ist unendlich groß, aber selbst in ihrer Unendlichkeit reichen die Ressourcen dann, reichen ja länger, als sie damals skizziert haben, aber sie sind begrenzt. Und top-down würde man ja denken, ah, die ganzen intelligenten BWLer dieser Welt haben gesagt, ah, super, dann müssen wir ja anders rechnen. Dann müssen wir jetzt ja Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft etablieren, das ist das Schlauze, was du machen kannst. Dann können wir jetzt ein System machen, was noch 100.000 Jahre hält. Wir haben ja Ingenieure, die können das alles erfinden, alles wunderbar. Danke für die Information. Wir erweitern unsere Denkweisen und handeln jetzt vernünftiger. Ja, wir sind ja vernunftbegabte Wesen, wir schauen auf die Wissenschaft und wir haben ja auch die Technologie und wir haben ja noch Zeit, das jetzt in Richterbahn zu lehnen. Und jetzt schrieben wir das ja 1972, da kam die Ölkrise. Und jetzt hätte man denken können, oh, ja, Öl, ja, ist wirklich begrenzt. Und jetzt vervierfachen die da den Preis, jetzt sollten wir aber wirklich mal ins Handeln kommen. Ist nicht passiert. Sondern im Gegenteil, es kam dann eher so diese Idee des Turbokapitalismus und wir können ja an der Verknappung ja auch Kohle verdienen. Ja, gehen ja Preise hoch, ist ja vielleicht auch geil. Und Umweltschutz schadet der Wirtschaft. Ist doch viel geiler, wenn jetzt Ölpreis hochgeht und wir richtig, richtig daran verdienen. Und das andere Problem ist halt ein anderes Problem. Das heißt, du hast die Komplexität nicht so gesehen. Und die Lösungen, das ist ja auch das Interessante, entstehen sozusagen selten top down, weil die Profiteure eines Systems das System halt erhalten wollen. Sondern meist als Bewegung aus der Mitte. Die sagen, so, aber Moment mal, das könnte auch anders gehen und das macht doch gar keinen Sinn langfristig. Und insofern sage ich ja, welche Tipps können sie uns geben, um Haltungserweiterung anzustoßen, ist Raum zu geben, jenseits der formalen Strukturen, innerhalb der informellen Strukturen, um die Kommunikation von Menschen, die an Selbstentwicklung und Kulturentwicklung oder Haltungserweiterung interessiert sind, in Gang zu bringen und dafür Räume zu bieten. Dass du sagst, okay, in formalen Strukturen entsteht so ein Druck der Alltagslogiken, einfach weiterzumachen wie bisher. Also dieses Erzeugung des Systems in Selbstähnlichkeit, das bleibt. Jetzt kannst du da ein System rumschrauben, ja, das ist auch gut. Aber du kannst eben auch sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Raum, in dem Menschen, die veränderungswillig sind, sich nicht mehr isoliert fühlen, sondern zu erkennen, ach du auch, ach du auch, ach du auch. So wie in der Gesellschaft sich das ja dann auch formt, solche Blasen, ja, um eben da zu sehen, ach, wir können auch anders. Wir können anders miteinander reden, wir können anders anders auf Probleme schauen, wir können anders mit Konflikten umgehen und wir können andere Ansätze für Spannung pilotieren. Und das versuchen ja viele Organisationen entweder über Spin-Offs, über Innovation-Tanks und so weiter. Das heißt, dieses Anstoßen braucht Safe-Räume, sichere Räume, kommunikative Räume, wo eine andere Art von Kommunikation stattfinden kann. Und das kannst du ja durchaus verweben mit den existierenden Dingen. Also da bist du bei der Ambidextrie, die Gleichzeitigkeit, der Ungleichzeitigkeit. Wie kann ich das alte System erhalten? Wir machen weiter. Wachstumsgesellschaft versuchen, unsere Wirtschaft wachsen zu lassen. Und gleichzeitig versuchen wir, Kreislaufmechanismen reinzubringen und Logiken umzudeuten, die dann vielleicht in ein System irgendwann münden könnten. 2050 sind wir CO2-neutral, ja, so die Idee, dass in Zukunft die Logik dann umgestellt ist. Diese Gleichzeitigkeit hat auch noch einen anderen Vorteil. Du hast diese Versöhnlichkeit, also dass du sagst, ja, das bestehende Haltung darf existieren in ihrer Widersprüchlichkeit oder in dem Erkennen ihrer Begrenztheit. Und gleichzeitig schaffe ich aber Räume, wo ich versuche, in anderen Logiken zu handeln. Und ich versuche Menschen, die diese anderen Logiken schon irgendwie in anderen Teilpersönlichkeiten für sich erkannt haben, so in Austausch zu bringen, dass die sich überlegen, und wie können wir das auch hier in unserer Organisation zu machen, wie können wir das in der Wirtschaft machen, wie können wir das in Demokratieprozessen machen, wie können wir dieses, von dem wir wissen, dass es sinnvoller ist, in andere Prozesse, die noch an andere Logiken gebunden sind, einbringen. Also insofern würde ich sagen, bottom-up anstoßen. Ich würde sagen, nicht bottom-up, sondern middle-wide. Also die Mitte weiten, den Raum weiten, wo Entwicklungsorientierung in einer Freiwilligkeit und intrinsische Motivation vorhanden ist. Kurze Pause für unseren Werbeblock. Zu den Themen unseres Podcasts, der Selbst-, Team- und Werteentwicklung und Erweiterung der Haltung, bieten wir dir verschiedenste, kürzere und auch längere Workshop-Formate und Seminare an. Mehr Infos zu diesen Angeboten findest du unter shop.short-cuts.de Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe dazu zuletzt beobachtet, dass es für diesen Raum, den du beschrieben hast, ist, dass dieser Raum auch ein reales Investment innerhalb des Unternehmens benötigt. Entweder in Form von Zeit, die zur Verfügung steht, die dann keine direkte Arbeitszeit vielleicht ist. Das kann aber auch ein Coaching sein. Das kann eine externe Begleitung sein. Aber dass das kein Raum ist, der sozusagen direkt parallel neben dem alltäglichen Geschäft entsteht, sondern dass es ein bewusst gestalteter Raum bestenfalls ist, der genutzt werden kann. Wie siehst du das? Ja, total. Der wird ja nicht eingepreist. Da stelle ich auch gerne die Frage, was ist Ihr Problem? Ja, die Kultur, die Führung und die jungen Leute. Und wie sind wir da anschlussfähig? Und dann die Frage, ja, wie viel investieren Sie für Marketing? Ja, 5% Umsatz, Vertrieb, oh, ganz wichtig, 12%. Wie viel denn für Kultur und Organisationsentwicklung? Ach, Kultur, ja, da haben wir die Tassen und das Weihnachtsfest. Ja, das macht Frau Schmitz. Also erst mal zu erkennen, ja, das ist ein Asset, ein Investitionspunkt. Da sage ich ja, investiert doch mal einen Tag pro Monat pro Person da rein, dass ein Team darüber reden kann, wie es miteinander redet. Also in diese Betrachtung der Kommunikation und der Entscheidungswege, dass es überhaupt in der Kommunikation vorkommen darf und kann. Und es taucht ja auch sonst auf, aber in Form von informeller Kommunikation, Flurfunk und so weiter oder in der Form, ich gehe, ich gehe da nicht hin, ich fange da gar nicht erst an. Das heißt, die Kosten, in Anführungsstrichen, entstehen ja auch, indem deine Organisation bestimmte Leute abstößt oder anzieht. Nur sind sie dir nicht bewusst, sondern du sagst, ja, das ist ja normal oder setze ich nicht in den Kontext zu meiner Kultur oder meiner Führung. Dabei wissen alle, der wichtigste Kündigungsgrund ist die Art, wie du geführt wirst und so weiter. Aber es wird in der Betriebswirtschaft nicht gelehrt und ist nicht eingepreist. Also wenn du eben den KPI-Kulturfaktor hättest, wie auch immer du dann misst, dann würdest du wahrscheinlich sagen, oh Mist, warum haben wir da nicht viel früher investiert? Was hätte es VW genutzt, in ein angstfreies Klima in der Führung zu investieren, wenn man sagt, 3.000 bis 5.000 Leute wussten von diesem Kanal und keiner hat was gesagt? Weil diese Angstfreiheit, du, ja, wir sollten mal vielleicht lassen, nicht da war. Aus dieser Aussage heraus, die ja Ferdinand Pirsch unterstellt wird, ich brauche keine Führungskräfte, ich brauche Ausführungskräfte. Dann siehst du ja, okay, ist ein Menschenbild, ist eine Haltung, die führt eben dann auch zu gewissen Fehlentwicklungen, die dann halt ein paar Milliarden kosten. Also ich glaube, es braucht dieses Bewusstsein, ja, ich investiere da rein, aber es wird ja nicht gesehen und da hängt uns dieser Glaubenssatz des rationalistisch-funktionalen ja so ein bisschen im Nacken, weil das effizienzgetrieben ist und die Effizienz ja immer sagt, wir müssen verbessern, verbessern, verbessern. Die innere Perfektionistin, der innere Perfektionist, der innere Kritiker ist ja auch so eine Stimme in einem, da bist du nie gut genug. Der innere Kritiker bemängelt dich immer weiter. Und früher dachte ich, irgendwann knipse du den Teil aus, bist du eigenbestimmt, findest dich nur noch super. Nee, Pustekuchen. Die Selbstbemängelung hört nicht auf, aber du kannst die moderieren. Und jetzt im Außen gesehen ist ja auch dieses Gefühl, es ist nie gut genug. Wir müssen noch effizienter. Die Digitalisierung schläft nicht. Der Druck, der Druck, der Druck. Der führt jetzt zu einem ganz interessanten Phänomen, auch in der Sprache und in Organisation. Also Leute sagen, okay, scheinbar ist nie genug. Scheinbar kommen wir nie an. Scheinbar bei all den Veränderungen in den letzten Jahren haben wir keinen Zustand erreicht, wo wir sagen, den haben wir mal gut gemacht. Jetzt sind wir mal ganz relaxed. Und auch die Zukunft verspricht es nicht, dass irgendwann dieser Zustand erreicht wird. Ah, jetzt ist es zu Ende. Jetzt ist alles gut. Jetzt kommt der Zeitpokal. Jetzt haben wir Zeit. Jetzt kümmern wir uns mal um die wichtigen, nicht dringenden Themen. Nee, im Gegenteil. Wir haben einen großen Glaubenssatz, den wir uns gegenseitig erzählen. Ich habe keine Zeit. Und das ist ja, wenn du das jemandem sagen würdest, du, da gibt es Kulturen, da erzählen die sich gegenseitig immer, sie haben keine Zeit. Und du denkst, ja, weil leben die denn nicht 24 Stunden am Tag? Doch, doch. Die leben genauso wie andere Menschen auch, wie früher auch. Die haben 24 Stunden am Tag, die werden so im Durchschnitt 80 Jahre alt, manche sterben früher, manche später. Aber die Kulturen erzählen sich, sie haben keine Zeit. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Und auf der Arbeit, die haben keine Zeit, keine Zeit. Ich habe keine Zeit dafür. Und die dürfen auch keine Zeit haben. Wenn sobald einer sagt, ich habe Zeit, ist ganz suspekt. Faul, ineffizient. Genau, weil dieses Narrativ ja kein Ende hat. Das ist ja das Interessante, dass wir uns darin funktionalisieren und zu Funktionseinheiten werden, die diese endlosen Ansprüche nie erfüllen. Und da braucht es dann die Räume. Ja, und auch invest in Zeit. Und deswegen sage ich auch immer, wenn ihr solche Umgestaltungsprozesse habt, macht ein Projekt, budgetiert das, gebt Zeit drauf, dass diesem Gehirn oder diesem Anteil von uns gesagt wird, du hast das Recht und die Zeit, acht Stunden auf das und das zu buchen. Das ist bei manchen Organisationen ganz wichtig. Weil sonst wird das wegpriorisiert. Sonst ist der Alltag immer wichtiger. Und du wirst dann immer sagen, das habe ich früher bei diesen Kleingruppen erlebt, wo man gesagt hat, trefft euch einmal die Woche und unterhaltet euch. Dann haben die das nicht gemacht, weil dann werden die ja Leute, die Zeit gehabt haben. Dann haben die gesagt, ne, ja, heute geht es nicht. Ist ganz wichtig, ist was reingekommen. Ganz wichtig. Ah, wir müssen noch dies, wir müssen noch das. Also es braucht diese Räume, so wie du sagst, die Zeit und Ressourcen definiert, legal, also dass sozusagen Entwicklung kein Ehrenamt ist oder Kulturentwicklung, das ist ein Ehrenamt, was du mal so freiwillig machst, gemeinnützig, sondern was beziffert ist und genauso ein Projekt ist wie die anderen auch und auch eine Priorität bekommt. Und das Verrückte ist, der Zustand, wo du Zeit dafür haben wirst, der wird in der alten Denkweise nie kommen. Das ist ein wichtiger Zusatz, ja. Ja. Ja, danke Martin. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch. Tschau Wein! Wir lieben Besuch. Wir lieben Besuch. Und zurück.